Hi Molly. Offiziell nochmal. Hi. Molly, du bist okay? Ja, ich hatte meine eigene kleine Abenteuer. Ich habe gehört. Was ist passiert? Die Skysharks infiltraten unsere Ranks in Atara, also haben sie einen Tab auf unsere Progresse hier in Portia gehalten. Als ich den Allsource-Lokator zu dem Kanzler verstanden habe, haben sie geschlossen. So, das heißt, natürlich, hm... Aber da sind wir hoffentlich alle los, weil ich das verstanden habe, ist der Maulwurf weg. Sie setzten eine Abenteuerung, und mein Flugzeug wurde über die Eufaula gebrochen. Ich blickte während der Ranks, und als ich wuchs, war der Lokator weg. Es dauerte mir lange Zeit, bis nach Atara zurück zurück zu Atara, nur in Zeit, auch. Das klingt schwer. Wie haben sie die Piraten die Allianz-Gewerbung infiltriert? Gute Frage, wie haben sie die infiltriert? Wir haben das immer noch immer noch geschehen. Die Reihe von Events hat wirklich den Kanzler gebrochen. Wir wussten, Duvos war nach wichtigen Reliken und Ruinen rund der Region. Aber für sie so weit gehen, ist es so, dass sie für eine Krieg sind. Duvos hatte da noch irgendwie Sachen vor. Anyway, du musst noch nicht über das alles beantworten. Ich habe gerade vorgebracht, um dir einige Fragen zu stellen, über das Allsorce-Incident. Ich muss einen Rapport machen. Hast du Zeit? Great. Ich hörte, du warst instrumental in der Krieg der Piraten. Ich habe es nicht mehr erwartet. Ja, das hat man so als Hauptdarsteller, aber okay. Also, erzähl mir von Anfang an. Ah, von Anfang an, na gut. Ach, Recap. Okay, das wird eine Filler-Folge. Oder auch nicht. Da waren sie aber Animations-Faul. Weißt du, wer der Knight war? Nicht noch. Die Knights sind jetzt nicht so prominent, wie sie waren, also es ist schwierig, die Remnanten zu halten. Wer auch er war, muss er sehr beantwortet sein. Aber trotzdem, es ist schwierig zu glauben, dass der Sturmknight hier liegt. Ja, das ist wirklich eine Überraschung mit Django. Du meinst Django? Er ist so bekannt? Du solltest ihn fragen. Er ist ziemlich bekannt. Hast du nach dem, nach dem, nach dem? Ja, ich werde die geholfenen Piraten in Atara nehmen. Nach dem, werde ich wahrscheinlich für eine andere Mission von meiner Gilde vermittelt werden. Aber keine Angst. Ich mag es hier. Ich werde so viel, wie ich kann besuchen. Taschenmesser. Angriff plus noch. Äh, ja gut. Ähm. Dann reden wir vielleicht nochmal mit Django. Wenn das irgendwie Sinn macht. So. Ach, Quatsch. Hier wollte ich hin. Zwei können wir bauen. Wir brauchen noch. Oh, wir brauchen noch Aluplatten, wenn ich das richtig sehe. Ah, dann machen wir mal. Müssen wir mal aufstocken, oder? Wie sieht es eigentlich kalendertechnisch aus? Ähm. Öngeltag. Gale hat irgendwann Geburtstag. Da ist das, äh. Creedfest. Jango hat auch bald Geburtstag. Wir sollten Django ein Schwert schenken. Ah, Kupfer reicht nicht aus. Ich hole mal gleich ein bisschen Kupfer. Ähm. Aluplatten wollte ich machen, ne? Genau. Wie viel sind denn da in Arbeit? 54. Das ist in Ordnung. So. Hier liegen noch ein paar Steine rum. Das ist nicht viel, aber es reicht für den Anfang, was das Kupfer angeht. Aufgaben können wir eh mal keine neuen annehmen aktuell. Von daher passt das. So. Eingeltag. Wie gesagt, den lassen wir dann mal ein bisschen außer Acht gerade, weil ich hab eh keine Köder. Und, naja. Das ist halb so gut. Dann brauche ich den da. Die können wir auch eigentlich mal so lassen, wie sie sind. Die brauche ich jetzt eh gerade nicht. Selbst wenn die jetzt keinen Dünger bekommen, die werfen halt nur mehr Zeug ab, wenn die gedüngert werden. Wenn die gedüngert werden, genau. Mann, Mann, Mann. So. So. Wenn die Dünger bekommen, dann werfen die halt mehr, mehr Loot ab, quasi. Treffen, Kollege. Was ist denn los? Oh. Die Steine. Ah. Das reicht hinten vorne nicht. Das reicht hinten vorne nicht. Hm. Dann gehen wir mal hier runter in die Mine. Oder haben wir noch irgendeine Aufgabe? Eine Paddel. Ja, da hinten beim Angeltag sind noch Aufgaben. Das eine war, glaube ich, mit Jango reden. Was ich nicht gesehen habe. Mehr als eine Aufgabe, oder? Da. Ne, gell. Ne, ich bin nicht abgehauen. Warum? Okay, irgendjemand ist abgehauen und Walnusshain, vielleicht das ein Schwimmen der Gegenstände? Ja, da war ich gerade den Aufzug zum wässigen Tür abgeschossen, ja, ist schon dabei nachher, aber ja. Brauchst du was, genau. Lavastein, ja, habe ich schon mal gehört. Besser ist er, ja. Lavagrillfisch. Na klar. So, Edith kam nie zurück. Er hat die Noten gelegt, dass er etwas zu tun hat und er hat. Vielleicht wird er irgendwann wieder zurück. Und Edith, okay. Vielleicht ist Edith doch wirklich dein Ritter gewesen. Äh, Wuwa. Phoenix Puppe, genau. Was ist los? Motor des Boots kaputt muss. Es wird sogar wieder zurück. So. 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 ist Arbeit, drei verbesserte und ein kleines. Das kriegen wir hin. Kein Gestein. Wir sind doch gar nicht weit von ab, ne? Ähm, warte, 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 warte. Hässliches Plateau. Eieiei, so. Zehn Lavastein kriegen wir hin. Die Motoren müssen wir von zu Hause holen. Woher da eigentlich Kupfer holen? Hm. Ach da. Vielleicht findet sich auch noch Kupfer. Oh. Das war schnell. Na, komm. Jo, das... Das sieht doch gut aus. Dann nehmen wir hier nochmal die zwei, drei Steine mit dem Passas. Gut. Hier einen Steil da unten weg sägen? Ne, ne? Zieht mich ja mal... Äh, ne, grad nicht. Danke. Ach, Mist. Ich wollte abkürzen, es geht nicht. Naja. Hm, warte. Kann ich da gegebenenfalls, ähm, Kupfer abernten? Nein. Naja. Dann sag ich mal... Ab nach Hause, die Motoren holen. Was waren das? Drei verbesserte und einen kleinen. Schauen wir mal, wie weit der Hauptauftrag ist, für die Händler-Gilde. Dann schauen wir mal, wie weit der Hauptauftrag ist, für die Händler-Gilde. So, wir nehmen mal alle mit. Dann brauche ich nicht sortieren. Ach so, ich den Auftrag. Äh... So, wir nehmen mal alle mit. Dann brauche ich nicht sortieren. Ach so, ich den Auftrag. Äh... Moment, was ist das? Eine Aktie... Aktentaschen. A und G Bau. Hm. Was ist das? Ich habe das außerhalb der Stadt gefunden. Ist das dein? Das ist... mein Design-Draft. Albert hat ihn in die Händler-Gilde, um ihn zu Atara zu senden. Hat er ihn auf den Weg verbreitet? Danke. Er ist wahrscheinlich schrattet seine Hände, um die Figur herauszufinden, wo er ging. Warum hast du das noch nicht an Albert gebracht? semanas-Gект. dirty-d тirr-dum. D trin-d coisa-dis. De maras. Bressley. Und... personnes-Dya dumm. Sie weiter... Sind sie denn alle... Was sind sie denn alle? Oh Gott, mein Paket! Ist das Paket wichtig? Oh ja, das ist Gusts Design-Proposal für das neue Kommerz-Guild HQ-Bilding in Attara, für Victor Azula, der Head der Guild. Ich glaube nicht, dass wir dieses Projekt nicht bekommen. Das Vincent Design-Institut ist in Attara, also es wird viel Kompetenz da sein. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Wow, das ist beeindruckend. Ja, Gust ist beeindruckend. Es gab viele Teams, die ihn anrufen, während er in Attara studierte. Zudem, einige Leute einfach nicht verstehen seine Designs. Besonders die alten Füllen im Design-Institut. Ich denke, dass der Tag, den Ginger marriert, wird der Tag, wie Gust in der Design-Institut geht. Ich habe von Dawa gehört, dass Adit gleich nach der Krieg verlassen hat. Vielleicht wollte er einfach nicht in so einem gefährlichen Ort sein. Hi! Ähm, möglich. Äh, Fischung ist einfach nicht mein Ding. Apfel? Adit, ja. Die Frage, ob das... Pro Ocon, sag ich mal, ne? Ob das jetzt gut läuft, ob es wirklich war, kann keiner jetzt tatsächlich bestätigen in dem Moment. Lasst vorst! Hä? Was ist das? Hab ich Albert geb Docker gegeben. Ich habe Albert den Package. Be verdictulasse. Das bisschen, also? Oh, der Mensch hat eine starbe Satte. Ist das nicht die Wahrheit? Die Macht, die sich nur um eine Sache interessieren. Kost. Es ist schwer für sie zu verstehen, dass Architektur eine Kunst ist und eine Vitalität hat. Ein gutes Design kann Leben und Sein zu ein Geburt geben. Oh ja, das stimmt tatsächlich. Huh, Schwarzbild. Spiel stürzt nicht ab. Achso, ich habe mich am Tisch gekriegt. Ich dachte gerade, was habe ich jetzt gemacht? Ähm, wo ist er hin? Da ist er. Hi. Ich wollte heute eine Nacht nehmen. Aber meine Freundin wollte das Ergebnis wissen. So, so. Oh, es gibt immer zwölf Punkte, ne? Ohne Paddel. Genau. Materialien sammeln habe ich. Habe ich auch. Bekannter. Der ist ganz schön hartnäckig, der Kerl. So, wo sind denn die anderen Aufgabenträger hier? Die sind noch da unten am Angelplatz. Die hatten noch gerade Angelwettbewerb. Da angeln die immer noch? Äh, warte, Emily. Halt, 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 halt. Ich habe von Dawa gehört, dass Adit weg ist. Das ist zu schlecht. Ich dachte, er war ein schönes, ruhiger Mann. Hallo. Hallo. Die Gräufe liebt, die früchte Fische von Zeit zu Zeit. Sie sind so gut. So. Ähm. Ach ne, Quatsch, Bus. So. Hoppala. Dann hoffen wir mal, dass wir da rechtzeitig ankommen, weil die Leute wieder verschwinden in sämtliche Himmelsrichtungen. Furchtbar. Ich vermisse ja die Spiele, wo die Leute einfach nur stehengegeben sind. Ne, nicht wirklich. Es ist ja schön, dass sie da... Äh. Äh. Da. Einer der Brüder. Woowa. Warte. Oh, das ist nice. Das ist nice. Mit allen Beziehungen hoch. Ähm. So. Wer ist der letztejenige jetzt hier? Krise? Achso. Genau. Ufts. 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 Ufts.